Oh, schon wieder Mittwoch. Neuer Vlog. Den Einstieg mache ich heute gleich mal mit dem schwierigsten Thema und zwar mit dem Aufreger der Woche. Ich denke, viele von euch haben das schon mitbekommen. Gerade heute überschlagen sich auf Facebook und Lovely Books die Einträge dazu. Und zwar geht es um das Urheberrecht und die Gefahr für Videodreher als auch Blogbetreiber, die Bücher vorstellen, Rezensionen schreiben und die Cover dazu zeigen. Denn wie es aussieht, darf man das eigentlich gar nicht. So, selbst wenn ihr ein eigenes Foto von dem Buch macht und das auf euren Blog stellt, ist das eine rechtliche, schwammige Sache. Denn die Rechte der Cover liegen bei den Verlagen. Genauso ist es mit den Klappentexten. Das heißt, wenn ihr Klappentexte ungekennzeichnet vorlest oder auf euren Blog stellt, dann kann das von einem Anwalt abgemahnt werden. Und wenn ihr Pech habt, dann kostet das richtig viel Geld. Nun ist es zum Glück so, dass die Verlage wissen, dass wir ihnen nichts Böses wollen. Und solange diese ganzen Rechte von Klappentext und Buchcover beim Verlag liegen, sollte eigentlich nicht viel passieren, wenn wir angemessen, wie es ist, sagen, aus welcher Quelle wir diese Sachen beziehen und wo man vielleicht die Bücher kaufen kann. Richtig problematisch wird es bei Buchcovern zum Beispiel, die schon nicht mehr erhältlich sind. Das heißt, wenn ein Buch, sagen wir, von 1970 ist, das habt ihr bei euren Eltern auf dem Dachboden gefunden und ihr haltet das fröhlich in die Kamera, dann könnte das zu Problemen führen. Denn wenn dieses Buch nicht mehr in dieser Ausgabe erhältlich ist oder vom Verlag zu beziehen ist, dann liegen auch die Rechte des Buchcovers nicht mehr beim Verlag. Wer auch immer dieses Cover erstellt hat, hätte also rein theoretisch die Möglichkeit, weil die Rechte wieder bei ihm liegen, euch ebenfalls abzumahnen. Und das könnte wieder ziemlich böse enden. Das finde ich ist ziemlich problematisch. Ich muss selber noch überlegen, wie ich das mit meinem Blog-Hand habe. Ich denke, der wird in nächster Zeit offline gehen und ich werde mir ein paar Tage Zeit nehmen, um alles zu überarbeiten. Denn ich muss sagen, ich habe mir da nie bis jetzt so richtig Gedanken drüber gemacht und ich habe viele Bücher vorgestellt, die schon ziemlich alt sind, die ich zum Beispiel auf einem Trödelmarkt mal gekauft habe. Und natürlich habe ich dann zu den Rezensionen auch die Buchcover dazu gestellt und im Prinzip ist das halt nicht in Ordnung. Was haltet ihr davon? Wie werdet ihr das handhaben? Habt ihr jetzt auch ein bisschen Angst vor Abmahnungen oder sagt ihr, das ist eigentlich Schwachsinn, wer wird denn da durchgehen und gucken, wer wo was gezeigt hat? Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen unangenehm, das so zu haben. Ich verlinke zwar immer auf Amazon oder auf den Verlag, wenn ich irgendwas vorstelle und ich kennzeichne auch meine Quellen immer. Aber gerade bei den Buchcovern, die schon nicht mehr aktuell sind, habe ich jetzt doch ein bisschen Bedenken. Ich werde es ändern. Sagt mal, was ihr davon haltet und vielleicht auch, ob ihr was zur Diskussion beizutragen habt. Ansonsten merkt euch, keine Buchcover mehr zeigen, die ein bisschen älter sind. Ja, und wo wir schon mal bei problematisch sind. Und zwar lese ich gerade Flames and Roses von Kirsten White. Und ich muss sagen, das ist vielleicht eine ganz nette Geschichte. Ich bin noch nicht besonders weit, auf Seite 110 erst, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber ich musste schon feststellen, dass die Protagonistin mir total auf den Senkel geht. Das wäre eigentlich schon wieder fast ein Buchsünden-Video wert, ganz ehrlich. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein richtiges girly girl vor mir habe, dann kriege ich immer so einen leichten Würgereiz. Und ich weiß nicht, ich finde dieses Klischee, in das Frauen da in diesen Büchern reingedrängt werden, super nervig. Und diese Frau ist ein wandelndes Klischee. Ich meine, gut, sie ist erst 16 Jahre alt, das heißt, da darf man sich auch noch wie ein Mädchen benehmen. Aber sie übertreibt es extrem. Man muss sich das so vorstellen. Ihr Job ist es, paranormale, das heißt Wehrwölfe, Vampire, was auch immer es da sonst noch so gibt, im Auftrag einer Behörde ausfindig zu machen und gegebenenfalls, falls diese irgendwie Widerstand leisten, sie unschädlich zu machen. Das heißt, sie gefangen zu nehmen oder in Gewahrsam zu nehmen. Und dafür muss sie sich natürlich verteidigen können. Also hat sie eine Waffe. Und ihre Lieblingswaffe ist ein Taser. Das heißt, so ein Elektroschock-Ding, mit dem man Leute schocken kann. Und dieses Ding von ihr ist pink. Es ist wirklich pink und es hat Glitzersteine und es hat einen Spitznamen. Sie nennt es liebevoll Taisy. Ja, genau das habe ich mir dabei gedacht. Und später im Buch geht sie auch noch shoppen. Was kauft sie sich? Sie kauft sich ein schwarz-weißes Kleid. Das klingt ja noch ganz gut. Im Zebra-Look, was schon ein bisschen merkwürdig sein könnte. Aber was kauft sie sich dazu? Sie kauft sich Stiefel in pink mit Absatz. Bitte, stellt euch dieses Bild vor. Blondes Mädchen, lange Haare, 16 Jahre alt. Zebra-Streifenkleid. Pinke Stiefel mit hohem Absatz. Meine Mama hätte mich früher nicht so vor die Tür gelassen. Und heute würde ich nicht mehr so vor die Tür gehen wollen. Auf jeden Fall stört mich das irgendwie schon ziemlich am Buch. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich damit noch anfreunden kann. Habt ihr das vielleicht schon gelesen? Wie fandet ihr es? Und ich weiß nicht, stört euch sowas auch manchmal, wenn ihr so ein richtiges Girly Girl als Protagonistin habt? Oder bin ich da die Einzige, die das irgendwie so nervt? Weiß ich auch nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen allein damit, weil ich sonst nur so gute Bewertungen zu dem Buch gehört habe. Egal. Sehen wir mal weiter. Das letzte Thema heute wäre dann nämlich die Videos hier demnächst. Und im Prinzip, ihr kennt das, ja, mittwochs immer ein Vlog. Sonntags, am serbten Sonntag dann immer ein Video, wo es auch ein bisschen Schauspielsequenzen gibt. Aber das wird demnächst ein wenig durcheinander geraten. Moment, ich muss mal kurz auf meinen Terminkalender gucken, mein streng geheim. Und zwar ist es so, dass ja in knapp zwei Wochen Halloween ist. Und ich möchte es mir natürlich nicht nehmen lassen, ein Halloween-Special zu drehen. Das Blöde ist, Halloween ist an einem Mittwoch. Da würde eigentlich ein Vlog von mir erscheinen. Und das verschiebe ich deshalb. Ich denke, ich werde das in dieser Woche so machen, dass ich am Mittwoch praktisch den serbten Sonntag habe und am serbten Sonntag den Vlog Mittwoch. Ihr versteht, was ich meine, oder? Und ich hoffe, ich schaffe es noch, das Video zu drehen. Ich hatte nämlich eigentlich gestern Abend erst die Idee dazu. Und ich glaube, die Umsetzung wird ziemlich schwierig. Aber ich gebe mein Bestes und wir werden sehen. Bis dahin läuft es aber ganz normal weiter mit Mittwoch und Sonntag in der Reihenfolge, wie ich das immer habe. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Feiert ihr Halloween? Verkleidet ihr euch? Habt ihr da Spaß dran? Und geht ihr vielleicht auf irgendeine Party? Sagt doch mal, was ihr von Halloween haltet. Ich weiß ja, dass viele Leute das unheimlich feiern und andere Leute sagen so, ein Mist, das kommt wieder nur irgendwie aus den USA. Was soll ich überhaupt damit? Von daher, ich gebe zu, ich bin ein Halloween-Fan. Ich habe es schon befeiert, als es in Deutschland noch kein Mensch kannte. Nur mal eine Anekdote am Rande. Da war ich noch in dem Alter, wo ich wirklich von Tür zu Tür gegangen bin und Trick or Treat gesagt habe. Und ich habe das mit ein paar Freundinnen gemacht und 90 Prozent, nein, ich würde sagen 95 Prozent der Leute, die uns an diesem Abend die Haustür geöffnet haben, wussten nicht, was Halloween ist. Am schönsten war immer noch einer, der die Tür aufgemacht hat und sich seelenruhig angehört hat, wie wir da alle standen und geschrien haben, Trick or Treat. Und dann meinte er nur so, was? Und wir so, ja Halloween. Und er so, hallo, was? Ja, also so viel dazu. Ich mag es immer noch. Wir werden sehen, was bei Rom kommt. So viel zu meinem Vlog diesmal. Das zweite Video zu meinem Stapel der ungelesenen Bücher gibt es übrigens dann erst die Woche drauf. Ich wollte euch nicht mit zweimal einem ähnlichen Video hintereinander nerven, deswegen. Aber ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche und wir sehen uns Sonntag wieder. Macht's gut!